war das jetzt hier oder war das reihe verstanden 1 bis 2 min sind wir am Zielgebiet haben gerade Rallye Point 1 passiert, sowas dann schieb mal am Becher rüber, ich hab Durst steh auf halbwegs gleich volle Fahrt Schützen halbwegs, Feuer auf die Mitte Schützen vor der Mitte, Feuer frei Schützen vor der Mitte, was der Klemmer ist Schützen vor der Mitte, wo der Klemmer ist Reingekommen wird, reingekommen wird Schützen vor der Mitte, wo der Klemmer ist Lei an der 90 wester Schützen Weltall Abseins 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 Der Kilo ist verstanden. Der Kilo ist verstanden. Der Kilo ist verstanden. Der Kilo ist verstanden. Rechts ist eine Lücke. Wann rechts? Haben die Reihen? Entlieben, so verstanden. Hast du Überblicke über meine Position? Negativ. Da ist eine Popgestellung rechts, direkt voraus. Am Mittende, Trennung, Dragonfly, Black Sheep, komm. Dragonfly, komm. Anfrage, andere Position, Dragonfly 2, komm. Die ist direkt östlich von euch, 50 Meter, komm. Am Mittende. Wo ist Rico? Hier. Alpha, sammeln bei mir. Alpha, sammeln bei mir. Jo, dran. Atagon, wir werden den Bunker da direkt vor uns nehmen. Richtung West. Check. Vorwärts. Ich hab deine drei. Check. Ja, okay, vorne halb. Bis da auf dem Verlängerung, müssen dann eigene sein. Nein, 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 eigene, eigene, eigene. Eigene jetzt auf 2, 1, 0. Check. Kontakt. Da! Unter Flick! Rechts! Rechts! MG ist hier in die Geländekante, Feuer wieder in Richtung Nordwest. Klapp recht, Kontakt! Voodoo, bist du da? Unterfrage deine Position nördlich, ob dein Gang kommt. Beide direkt sind Mauer nahe, ja, bin da. Definitiv sind jetzt vom Strand ein Stück Richtung West hoch, zur ersten Bunkeranlage. Definitiv eine Person im Bunker. Mindestens. Ich bestätige eure Position erkannt. Wir sind Süd von euch, dort Haupteingang. Wir bereiten Sprengung vor, komm. Aber zum Starten werden versuchen, den Bunker zu nehmen, wenn möglich. Wer kommt von hier aus? Nicht rein. Alles klar. One-Six. Na mit. Ende. Trennung Dragonfly, ihr Flagship. Also Sprengung vor. Sprengung. Alle Teile Achtung. Haupteingang. Ost. Eigene Sprengung. In 30 Sekunden. Lade. Riko, ich brauch ein gewissen Dok. Ja, check. Check. Okay, halt. Wird dran. Ich kümmern. Alfred, kommen wir hier links zum Sekt rein. Brackenfleisch im Flagship. Feindliches Boot Richtung Nord-Oos. O links zum Sekt. War gerade vor uns. Wo wir sind die Rögel ist, dass wir rum fänden. Achtung nicht, Kreuznach, der Falllinie. Check. Jo. Hast du starke Schmerzen? Ja, kann ich nicht erkennen, Rico. Aber wahrscheinlich. Ja, ist schlimm. 1-6-10-7, komm. Ich wollte schon erstmal gehen. Ich versuch's mir zu vorbei. Wir werden nördlich von ihnen in den Ziel einringern, komm. Verstanden. Du dringst ein über Nord. Hinweis, 1-6 hat eingedrungen über Ost, komm. Oh, jetzt ist es so hin. So, ich geh an, wir sind in Ost, komm. Okay, 1-6 ist über Osten rein. Wir gehen hier über Norden rein. Check. Antagon, wieder fit? Dragonfly, komm. Hinreichend. Passgeladen. Alpha, auf, vorwärts. Bravo. Sieg uns zur Richtung Nord noch ab, bis wir ums Eck sind, dann nachts sind. Ende. Check. Check. Machen wir. Bravo, wir halten Sicherung Nord. Alpha, Marsch. Check. Marsch. Wohin soll ich? Links rum, oder? Links zu den Hütten. Ich dachte, in den Bunker auch. Gut, wir ziehen hier vor, Bravo. Jawohl. Wir gehen hier in Stellung. Äh, MG in die Ortschaft rein. Majosch, du hältst mir Nord im Morge. Check. Strohhütten am nördlichen Ende. Achtung, rein, die Rettung von uns. Ist bekämpft. Ja, der lebt noch. Fakt, die sind eigene, pass auf. Ja, Majosch, wir beide die Richtung, da drüben. Ja, da ist einer zum Boden gegangen, warte mal. Mamo, du hältst in die Ortschaft rein, Richtung West. Ja, check. Alfred, da ist einer zum Boden bei der eigenen. Die Bunkerstellung ist nötig. Okay, Majosch, rüber. Okay, Majosch, geh rüber. Fail. Gut, wir ziehen hier Sicherung an, wir nehmen die Bunkerstellung. Jawohl. Achtung, Granate. Achtung, Halt. Alfred, bist alleine, jetzt nicht mehr. Granate. Jawohl, bin dran dann. Und go. Stürmen. Geh links. Jawohl, eigener. Drei raus. Fakt, wo können wir hier in Stellung gehen? Alles klar. Gut, wir haben die anderen rechtzeitig, wir halten Sicherung nach wie vor Richtung Nord. Jawohl. Wir gehen hier bei Rico in Stellung. Ja, warte, jetzt nix mal was. Rico? Ja? Ja. Wir haben da oben wahrscheinlich auch noch eine Stellung, ich würde mit meinem Trupppist da vorne vordringen und euch dann Richtung West sichern. Check. Dann auswählen. Gut, bravo, wir bewegen uns Richtung Nord. Los geht's. Check. Check. Funkgerät. Jawohl. Ich hab hier, glaub ich, da ist hier, passt. Da oben ist nochmal so ein Bunker. Ja. Ich muss das Leben verwenden. Die haben da eine Granate bei der Hand. Okay. Ja, check, hab eine. Schau, ob du sie da durch den Spalt durchkriegst. Ja, ich häng hier. Crack out. Okay. Dann ran. Kontakt. Bekämpft. Magazin. Kein Kontakt tief ist aber auch bekämpft, ja. Ah, verdammt, ich komm hier nicht dran. Nein, ich auch nicht. Dann links rum. Halt, da ist noch einer drinnen. Ja, nein, der ist tot, der ist schon tot. Alles gut. Bin drin, keiner da. Check. Gut, können wir von hier aus Richtung... Können wir uns... Ja, können, ja. Ja. Wir bauen 2 für Blackship 17. Genau, Richtung Süd und dann bauen wir Sicherung Südwest auf. Check. Die 2 hört. Äh, Frage, haben Sie sich um meinen Demolition, äh, Ingenieur gekümmert? Komm. Ich hatte die Hoffnung, dass er schon wieder bei euch angekommen ist. Den haben wir am Ufer abgesetzt. Komm. Oh, shit. Äh, danke, Ende. Ja, der Rhein ist doch hinter sich. Ja, der Blackship, äh, der ist bei euch im Zulauf, äh, der war grad bei uns, Ende. Okay, Achtung, äh, Rhein kommt von hinter uns. Rhein, hier! Rhein, hier! Bunkerstellung haben wir gecleared. Check. Rhein ist wieder dran. Rhein ist wieder dran. Rhein ist wieder dran. Alles klar, das heißt, das müsste der Hügel 12 sein hier. Theoretisch, schaut nach der höchsten Erhebung aus. 1-6, 4-1-7, komm. Hört. Ähm, haben Hügel 12 und anliegende Bunkerstellung in Richtung Ost und Nordost gesichert, komm. Jawohl. Wieder dran. A-1-7 zum Mid. Ich habe Blick auf dich. Äh, wir nehmen aktuell Bunker Süd. Danach weiter Richtung West, dann nehmen wir Ortskern, komm. Sinkbar, Antrag. Äh, so verstanden. Einer von euch verletzt, war er? Einer von euch verletzt, oder? Einer von euch verletzt, oder? Sehr gut. Hm? Ja, verstanden. Dann durchführen, dann nehmen wir restliche Mauer West, komm. Gnissgrün. So, verstanden. Ende. Okay, 1,7 hier gehört. Wenn wir vererbt werden, werden wir uns Richtung Nord-Ost ausdecken und unsere Küste im Langrichtung Ich versteh kein Wort Shit Shit Ich verstehe kein Wort Absehzen Absehzen 1-6 für Dragonfly Teure nicht mehr Meldung machen, wenn Boot frei kommen Oh, das war zu nahe Katara Mit, Boot nicht frei Standen war richtig, Boot frei kommen Negativ Standen halten Sammeln am Felsen, Ausrichtung Richtung Nord-Ost Dragfly 1, Boot frei, Ende Wir kriegen Feuer von rechts Dragfly 2, Feuer von rechts Feuer von höher rechts Vorsicht Absehzen, such uns einen Weg in den Wald rein Geht nicht, MG muss vor Voodoo, gut zu schwimmen nach vorne Gut, danke Ich bin weg Geh, Alpha, Apogon anschließen Bravo Zentral Das andere Bravo, Deckungsfeuer in Platz, bis sie kurz nachrücken Check Lade Weiter unterdrücken Weiter unterdrücken Okay, wir stopfen, wir ziehen nach Jawohl Nachziehen Check Wattruppenschuss von rechts 1-7-U-1-6 Kommt Hört, komm So, wir sind dran Meldung Wir haben Übersicht über Feindgebiet Nordwest Abfüllt, MG1, MG2 Dann Maioch Ich mach ab Schluss, wir folgen Alpha Check Ruh Check Mit Haltet Dragfly 2 in einer kurzen Linde, die sollen dich unterstützen können Check Die sind hier auf unserer Linkseite, Ende Schnell Es geht Ich kann nicht gut Schnell Explosionen Schnell Schnell Trangle Trangle 2 für 1-7-Comp 2 2 2 4 2 Trangle Bunkeranlage. Check. Können Sie nochmal das Gebiet mit der feindlichen Stellung im Nordosten unter Feuer nehmen? Definitiv Bunkeranlage. Meinen Sie mit der Feindwaffe? Positiv. Dafür müssen wir noch einmal verlegen. Gib uns zwei Minuten. Check. So verstanden. Wir markieren mit Rauch. Das Positiv ging auch an dich. Ja, okay, gut. Haben eigene Position mit gelbem Rauch markiert. Dragon Flats war für One-Time-Come. Ja, Bord kommt schon, ich seh schon. Ja, aber ich hätte gerne Bestätigung, dass er verstanden hat, dass wir uns mit... Oh, okay, der Rauch ist wieder weg. Ja, da ist ins Wasser geflogen. Ja, da ist jemand hinterher. 1-7-2, wir feuern. Wo steht der Nabel? Äh... Ne? Ich hab überhaupt keinen gesehen. Interessant. Ja, vielleicht sollte jemand den Nebel erneuern. Die haben unsere Position schon erkannt. Und check. Aber ich höre sie nicht Feuer. Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber ich höre sie nicht treffen. Meldung. Er schützt uns so. Äh, hängt ja noch bewusstlos im Boot. Äh, wird von uns versorgt. Okay. Aber wir würden den bei nächster Gelegenheit gerne aus dem Boot rausschmeißen, damit geschützt wieder in Betrieb genommen werden kann. I like it that way. Stand by 2 Minuten. In den... Yes. Wrang flight 2 für 1-7, komm. Hier, dass er wegrennt. 2 wird. Dann wird kommen. Äh, könnten wir noch ein paar... 40mm haben und dann... ...bewegen wir uns vorher, komm. Ja, 40er kommen rein. 1 zu Ende. Okay, es gibt noch ein paar 40er und dann geht's weiter vor. Alfred? Mhm. Könntest du dir da so halblinks hoch eine Position zum Deckungsfeuer geben, äh, suchen? Das wird nichts. Ja, das wird noch mal eine Kuppel. Das ist noch mal eine Kuppel, okay. Also da kann er uns halt irgendwie 60 Meter sichern vielleicht. Okay, dann bringt es nichts. So, man sieht von hier meiner Position auch schon grob den Bunker. Miko, wie willst du da ran? Über die Kuppel oder rechts umfassend? Rechts umfassend, oder? Eher rechts umfassend, ja. So dass man auch im Deckungsbereich von Burt sind. Ja, dann müssen sie uns durch und durchschießen. Ja, aber wenn wir uns zurückziehen, dass die zumindest noch irgendwie Sperrfahrer gehen könnten. Check. Swankfly 2, hier 1-7, äh, Feuer einstellen, rücken jetzt vorher. Alles klar. Ja, ihr 2, wir haben mit, wir stellen ein. Alpha, bravo, Vorhandsmarsch, Alpha vorne, bravo, Vorhandsmarsch. Flankfly 1, hier 1-6, komm. Ich geh, komm. Ja, Information, meine Position, Nord von euch. Auftrag an meiner Stelle, wenn wir abladen, komm. Hab dich erkannt, wir laden ab. Links hoch, dass ich decken kann. Mit Ende. Sicht zum Bunker, Bunker auf... Ach Gott, 80 Grad. Und wir bewegen uns, Marsch, Marsch, bis zum nächsten Mal. Jawohl. Marsch, Marsch, Marsch. Gehen da oben in Stellung. Jawohl. Rico, wir sind links von dir in Stellung. Check. Feind. Gehen da oben in Stellung. Ich halte das M.G. hoch. Ja, kommen. Meldung, verlebt der Fall gleich ausgenommen, komm. Ja, der. Nächster Fall ist der Kärbis vom Winter. Behandlung habe ich soweit durchgeführt. Gebenfalls noch mal Vitalwerte prüfen. Sollte sich gleich stabilisieren, komm. Verstanden, danke. Ende. So, wir verbrücken auf die Bunker. Sieht Fenster, bis die Ramsit. 1-7, hier 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 1-7. 1-7, hier 1-7, hier 1-7. Nehmen Angriff auf Feindlichstellung. Magazin, im Bunker sitzt einer. Ok, die sind dran, wir verlagern das Feuer, bzw. stopfen. Alles klar. Haltet den nächsten Bunker da hinten im Auge. Check. Ich zeige nochmal. Jawohl. Erkannt. 1-6, hier Dragonflake, komm. Hört. Wenn wir uns etwas tiefer gewinnen, dann können wir wahrscheinlich Einblick gewinnen in dem Bunker, ob da was drin ist. Naja, komm, meine Position leg dich daher, ich hab da grad vorher gut reingesehen durch den Spiel. Ok, bisschen Weg rein, dann. Brenngladung hin, Brenngladung rein. Ah, Majosch, hab du bitte ein Auge, da hinten auf den Osten. Erkannt? Erkannt, Majosch? Ja. Erkannt, Majosch? Sprichst du mit mir? Okay, hör' dich nicht. Nein, er spricht nicht. Jetzt. Hört jetzt nicht mal mit mir. Okay. richtung eigene könnten jetzt hochkommen direkt aus dem laufen das ganze da vorne ich halte ein bisschen ein hier untergeht oder die haben gesprengt das kann natürlich auch sein ja die haben das gesprengt wahrscheinlich ja die signalpistole machen sich nervös wir haben richtung westweit vermutlich mörserstellung der gegner auf unsere position prüfen und vernichten wenn erkannt kommen verstanden und bestätige gekommen das ist ein bodem zufahrt ist das unseres richtung nord positiv ja müsste unser sein vom aussehen ja ja dürfte unseres sein raubgranate richtung nord o ist gezündet worden naja das war eine signalpistole ok oder hat der markierung so habt ihr irgendwo sicht auf ja der punkt genommen ok ja du ihr bleibt hier in stellung maio schweifling runter wenn ich zieht wieder nach marmo wurde die ziehen am besten ein bisschen den bombentrichter nach dann können wir gut decken das ist alles gut ich hab ja kümmer dich gleich um riko mayasch alles klar rechts am strand in verlängerung da liegt er nala es kümmert sich gerade noch check kannst du mir einen zur verstärkung geben hier sind mehrere bunker noch ich geh mit sehr gut gut ein verletzten bunker ich versuche da vermutlich durch die öffnung wo ist der verletzte habt ihr vorher geradeaus von dir war ja rechts rechts um rechts um nein da wo wir eingebrochen sind gut granate ist draußen da muss ja aufsprengen noch einmal antecon habt ihr vorher eine signalpistole verwendet nö ok gut dann würden wir irgendwie hier oben noch kontakt jo lmk wow wo sind da an der tür kommt das denn her bunker tür ja check ich nehme jetzt das ding ich gehe rechts rum links rum hier jo sauber weg 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 ich spreng check 1-6 bravo position halten wir feuern auf einer rechten flanke vorbei ja ich melde gleich 30 sekunden bravo verstanden 30 ich gebe lieber in den bunker riko hat es auch so erwischt Deko 1-6 hier 1-7 kommen wird team leader ausgefallen lfk-stellung bekämpft wir klären noch letzte bunker hier kommen verstanden sobald durchgeführt und wunden geleckt befehl aufschließen richtung west durchgeführt durchgeführt so verstanden in der rein ich bin rein ach du scheiße was ich bin du hast du gleich mal nicht für mich ich bin ich bin nicht weg nach zu nach nach der beginnt bekämpft frage können wir da rein wirken da sind eigene kräfte im zulauf kommen sehr gut kommen wir zur lfk stellung die aktuelle wirkung noch möglich antrag die lfk ja auf alle fälle reicht für die die setze ich hab dann glaube ich noch einer im 112 ja ich kann es auch warte mal kannst du an meinen rucksack gehen da hast du eine ladung drin mal wie sieht es aus mit riko Ja, da drüben ist er denn. Wie tief ist denn das? Wir sind hier unter uns. Wie stark sind wir denn? Ah, ich geh auf eine Hose höher. Ich stell's auf eine Minute. Nur! Wieso springst du da runter? Ich bin runtergerutscht. Okay. War ziemlich rutschig hier oben. Alles klar. Und eng mit der Sandsecken. Scheiß Regen. Dragonfly, hier Black Chief. Ja. Frage, Status. Bad Grün, komm. Kannst du noch mal ein bisschen 40mm aufs Dorf regnen lassen? Wir wollen einbringen. Tag, gut, wir bewegen uns zurück auf Position Rico. Nehmen die mit und dann auf Position von meinen MG Schützen. Weg, 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 weg. Majo, Schnala, könnt ihr Rico aufnehmen? Wir verziehen uns. Ja, ins Boden oder was? Nein. Auf die Stellung, wo ich vorher war. Richtung West. Ach, du gewandt. Ja, check. Ja, äh, ich nehm ihn auf. Ah, fuck. Alfred, ich muss mir ein Verband anlegen. Check. Ach, scheiße. Dragonfly, hier Black Chief, komm. Ja, ich kann ihn nicht aufheben. Platz. Nachmeldung, aktuell Feind ohne. Letzten Auftrag streichen. Wir fließen ein, komm. Ja, doch. Oder kannst du ihn aufheben? Wir setzen wieder ein, komm. Dorf, aktuell Feind ohne. Letzten Auftrag streichen. Feuer, Halt auf Dong Saar. 1,6 fließt ein, komm. Ja, dann fließt ein, komm. Ja, dann fließt ein. Alfred. Was? Mir geht's nicht gut. Riku ist weg. Riku ist weg. Riku ist tot. Ja, gut. Majors, kümmert dich schnell um Antagon. Check. Ich hab, äh, siehst du gerade andere dabei? Wo ist Antagon, wo ist Antagon? Hier, hier, hier. Ich kipp gleich um, mir geht's nicht so...